Musik Ursprünglich sind wir eingeladen worden im Septet und die Septetmusik, die nennt sich ja Contradiction of Happiness und die gibt es seit Februar 2018. Wir bewegen uns im zeitgenössischen Jazz, der sich dem Song und dem Songwriting nährt und eben diese Improvisation und Kommunikation innerhalb der Band vom Jazz diese Elemente verbinden möchte mit Lyrics, Songs, Storytelling. Es geht wirklich da eigentlich schon um zwei Welten, die ich gerne zusammenbringen möchte als zeitgenössische Sängerin im Jazz. Das auf ein Orchester auszuweiten ist so ein kleiner Traum, den ich noch nicht zu träumen gewagt habe, weil man muss ja noch ein Orchester finden dazu. Und später kam dann die spontane Einladung, eben mit der Jena Philharmonie zusammenzuarbeiten an diesem Konzert. Und jetzt habe ich mich im letzten Sommer dann an diese Komposition gemacht und bin sehr gespannt auf das Resultat. Applaus My precious stone with colors like a butterfly Kindes von Laid All silenced, he's striking out into her heart, he's stabbing his decision. Now here comes a hero, with a smile, a twisted smile, he's riding. Stets in trouble, where must I live? Say, with what have I lost? Well, my chance is under your words, but I've slid with pride. Rache die Liebe kommt von Herzen, Rache die Liebe brennet heiss. Og vi er vår, i sømme mønche, von et eis, vores levi her. Rache die Liebe brennet heiss. Monights at the edge of his cheek, nobody knows the future I've seen. Applaus Applaus Applaus